So, Freunde, es gibt hier einen Code, da einen Code, überall einen Code, Alter. Und damit hat das Video auch zu tun. Und ich würde mal sagen, Leute, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute spielen wir zufällige Maps, die geheim gewesen werden, sein werden, werden, weil wir sie zufällig eintippen und diesen geheim gewerden sein werden wird. Mit dem lieben Kinderschwurz. Wo, was? Wo gibt es jetzt Codes? Ähm, die Codes, die denken wir aus unserem Kopf heraus. Okay. Okay, ich würde aber auch sagen, Leute, falls ihr das nicht verstanden habt, ist natürlich Odoman ohne seine Strichmännchen nichts. Deswegen kommt jetzt eine schnieke Erklärung und dann geht's schon los. Bist du bereit, Habibi? Und, gib ihm Code. Okay, Insel nicht gefunden. Weiter geht's. Insel nicht gefunden. Leute, ich fühle mich wie ein Hacker. Okay, wir machen das ganz, wir machen das ganz spezifisch. Wir fangen mit 6, 1, 8, 8. Dann machen wir 5, 4, 9, 7. Und dann machen wir 3, 2, 4. Und Insel nicht gefunden. Leute, wir machen jetzt eine Timelapse, bis wir irgendwann eine Map gefunden haben. Das könnte jahrelang dauern. Es könnte aber auch nur 2 Sekunden dauern. Junge, Armin, hast du schon was, Bruder? Nein. Ich verzweifle hier, Digga. Bruder, das war echt lange. Ey, Mann. Leute, wir haben das schon mal auch mal bei KidMap aufgenommen, Leute. Und die Aufnahme ging so lange, weil wir einfach keine Codes gefunden haben, Alter. Ihr könnt natürlich, unten ist der Link von KidMap's am Kanal abgedingst. Könnt ihr abchecken, Leute. Aber die meisten Codes fangen immer mit 6 an. Oder 8. Und dann 9. Und dann 7. Und dann 4. Und dann 1. 3. Und dann 5. Ja. Wir melden uns gleich, wenn wir eine Map haben, Leute. 6, 1,5 Stunden später. Ich hab Angst. Was? Ich hab Angst. Labern, ich labern. Wie, 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 wie ist der Code? Wie ist der Code? Einfach nur 1. Alles 1. Wie, alles 1? Ich hab einfach alles 1 eingekippt, Digga. Da kam es mal irgendwas mit Jokes. Geht's bei dir auf? Ja, Digga. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben unsere erste Map. Hast du aufgemacht? Ja, ich hab aufgemacht. Okay, let's go, Leute. Wir haben unsere erste Map, Digga. Joneses Adventure. Als ob das nur 1en sind, Digga. Ja, da wär ich jetzt niemals drauf gekommen. Okay. Freunde, natürlich testen wir diese Maps. Und let's go, KidMap's Digga. Joneses Adventure Adventure, Digga. Wir spielen dir auf jeden Fall nicht zu Ende. Wir spielen dir auf jeden Fall nicht zu Ende, Leute. Weil wir wollen ja, wir wollen 3 Maps ausprobieren, meine lieben Freunde. Das könnt ihr dann natürlich zu Hause auch ausprobieren. Aber ich sag euch jetzt erst mal, ihr werdet keine finden. Leute, ich sag euch ehrlich, Digga, wir werden so lange für dieses Video brauchen. Digga, ne, wir gucken einfach auf irgendeiner Seite. Oh ne, was ist das denn? Ey. Okay, okay, Leute. Warte mal, Digga. Es ist ein Deathrun. Es ist ein Deathrun. Was fehlt? Boah. Leute, Alter. Mein Van Dan hat natürlich... Digga, Kabel, halt mal deinen Schnauzen, Junge. Okay, Freunde. KidMap, verpiss dich. Oh Gott, bist du schlecht, Digga. Du bist einfach nur scheiße, Digga. Ich bin einfach King, Digga. Okay, wo geht's hin? Auf diesen Stein. Let's go, Alter. Weiter geht's. Zack, wir haben es geschafft, Leute. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. KidMap, wo muss ich hin? Wo bist du, Bruder? Ich bin immer noch hinter dir. Komm ran, Junge. Ey, frag mich, wo bist du? Wo bin ich eigentlich vorbeigedruckt? Ey, hier ist Escape Maze auf einmal. Ich glaube, ich schaff's, Digga. Ich hab so Angst, dass irgendwo in der Decke ein Fall ist oder so, Leute. Okay, let's go. Das sind diese geheimen Maps, Leute. Man macht einfach nur Einsen hin. Digga, das könnte auch nur KidMap einfallen, Leute. Ich schwöre, Digga. Ey, wir machen nachher einfach mal Zweien, Digga. Hab ich schon probiert. Was? Geht nicht? Ja. Dreien? Oh, ne. Ich hab vor neun Runden... Nein. Das Letzte war Einsen. Bro, okay, Freunde. Schade. Ich glaub, wir kriegen das so hin. Und let's go, Alter. Das ist Johns Adventure Time. Weißt du, was ich mein? Der hat den Adventure getimed. Weißt du, was ich mein? Bro, ich glaub, ich hab... Nee, du hast es. Komm mal her. Hier, da aber nicht. Nein. Komm mal her. Okay, wo komm ich jetzt dahin? Ja, das ist die Frage, Leute. Das ist jetzt die Frage. Wo ist das? Bro, davon da kommen wir doch, oder nicht? Nee, oder? Doch, Bro, davon kommen... Hä, oder? Hä? Warte mal. Oh mein Gott. Digga, äh, Leute. Ich glaub, wir haben uns jetzt komplett verlaufen, Alter. Digga, was hast du in der Map rausgesucht? Bro, das ist mir leid. Digga, er macht irgendwelche Einsen auf einmal. Er macht so Labyrinth, Digga. Was ist das? Wenn du durch ein Labyrinth hast, so fünf... Nee, nee. Kipp, ich hab echt keinen Bock auf diese Scheiße, Digga. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Okay, Freunde. Ich muss mal sagen, wir haben die erste Map getestet. Gehen wir zurück ins Zentrum. Und dann würde ich mal sagen, weiter geht's, Allah. Okay, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, es geht los mit den Map-Codes eintragen für die zweite Map. Und ich hoffe, wir finden was. Deswegen, entweder kommt jetzt irgendein Cup, wo steht in 28 Jahre später. Oder wir haben irgendeine Eifel. Ich hab was. Laber nicht. Nein. Du bist so ein Pisser, Digga. Du bist so ein Pisser, Digga. Okay. Äh. Warte, wir müssen mal überlegen, Leute. Oder hast du schon was? Ja. Ich spiel schon. Echt? Hab durchgespielt, ja. Aber mit 8 fängt es auch noch viele an, ne? Hey. Hä? Digga. Ich hab was. Ich hab ein Death- Unique Rainbow Death Run. What? Digga, ich hab ein Death Run. Ich hab ein Death Run. Leute, wir müssen uns noch mal den Dänder wieder abziehen. Ich hab was gewonnen, Alter. Was? Boah. Digga, ich hab so keinen Bock mehr. Leute, ihr wisst nicht, wie lange wir getippt haben, Digga. Und es ist erstmal die zweite Map, Alter. Ah, ich bin auch so. Warte, ich zieh mein Bandana an, Habibi. So. So bleib ich jetzt, Alter. Spaß. So, Freunde. Bandana ist an. Beziehungsweise Schal. Bandana kaufe ich mir noch. Ich bin aber nicht rich, deswegen lass ein Abo da. Und. Let's go, Digga. Unique Rainbow Death Run, Alter. Ich bin richtig geheimt. Mach die Scheiß-Karte weg. Okay, bist du bereit? Ja. Komm, let's go. Nein, Alter. Digga, dein Ernst, Digga? Digga, dein Ernst, Digga? Digga, dein Ernst, Digga? Aber warum müssen wir jetzt einen Death Run machen? Auf den ganzen Tippen sind meine Finger tot. Ich schwöre meine auch, Digga. Aber, Leute, wir ziehen durch, Junge. Let's go, Alter. Wenn ihr Autobahn unterstützen wollt, dass er... Achso. Äh, ja. Okay. Hoch da. Let's go. Bats. Aber den hat noch nie jemand von uns aufgenommen, ne? Ich wüsste nicht mehr. Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ich schaff das jetzt, Digga. Ich schaff das jetzt. Komm. Leute, natürlich spielen wir nicht alle Level. Uh. Let's go, Digga. So, wir müssen... Was da hinschmeißen? Bats, Digga. Hier hoch springen. Oh. Okay. Nochmal. Äh. Ja. Ah, man. Komm, wenigstens fünf Level oder so, Digga. Wir müssen fünf Level schaffen. Bruder, ich bin dabei. Ah. Ah. Bruder, wie soll das... Wie soll das gehen? Biss dich. So, auf jeden Fall. Ich hab's. Und jetzt... Jo, jo. Was passiert hier? Nee, nee. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Okay, wir sind hier, wir sind hier. Alles gut, Leute. Alles gut. Wie soll das gehen, Bruder? Leute, ich weine gleich. Warte, kann man nicht triggern? Kann man Eisfallen triggern? Ja. Kann man halt echt. Getriggert, Digga. Getriggert, Digga. Easy. Und jetzt Streichholzsprünge, Junge. Zieh. Jeder dritte Mensch hat Sprungprobleme. Helft doch, Odoman, mit einem Abo, damit er seine Sprünge verbessert. Komm, jetzt schaff ich den Streichholzsprung, Junge. Jetzt, Junge, jetzt. Ja, Junge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, Leute, ich glaub, das war's mit dem Deathrun. Ich glaub, wir benutzen... Warte mal. Oh mein Gott, ich bin grad richtig gut. Leute, glaubt an mich. Glaubt an mich, dann schaff ich's. Digga, ihr habt nur an mich geglaubt. Guten Lack, Junge. Let's go. Let's go. Digga, ich bin so gut gerade. Get me. Ja, okay, Freunde, ich würd sagen, wir habt gut getestet. Äh, Achmed, bist du down für die nächste Map? Ich bin dabei. Okay, dann, äh, nächste Map. Jetzt komm's schon. Oh, ich verzweifle, Leute. War jetzt heiß, bitte. Ja, Bruder, das bringt nichts. Brrrr. 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 Ich schwör, meine Finger, Digga. Es kommt nichts mehr raus, Digga. Wir hatten so Glück mit den zwei Maps jetzt, ne? Okay, die eine war ja easy, Leute. Das war ja nur Einsen. Warte, wir machen jetzt noch 10 Minuten, Digga. Wenn nicht, dann Dinge. Brrrr. Wir gehen einfach bei den Royale rein und sagen, das ist auch eine Map. Ja, das ist auch eine Map. Ja. Hä, wo bist du? Hä, wo bist du? Hier, 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 hier. Oh, Bruder, meine Finger, Digga. Warte mal, ist das nicht vorgeschlagen, du kleiner 31er? Nein. Gott. Echt nicht. Okay, Freunde, dann haben wir die nächste Map. Ey, das war... Two for all. Bruder, das war meine vorgeschlagene, Digga. Echt? Ja, ich glaub, Leute, schreibt mal in die Kommentare, das war, glaub ich, meine vorgeschlagene. Ich kenn die... Ich kenn das Bautium. Ich auch. Salva Mira kenn ich, Leute. Okay, egal. Dann haben wir unsere nächste Map. Heute mal keine... Ja. Oder ist das ein Devron? Was ist denn das, Digga? Two for all. Go and the hang on the jewel as long as you're possible. Okay. Ich weiß... Versteh das nicht. Keine Ahnung. Willkommen to hot suit. Hot suit. Oh. Was müssen wir machen? Farben? Go and steal the jewel and hang on the line. Hallo. Hallo. Komm mal weg mit dem Juwel. Komm mal ab, Junge. Komm mal her, Junge. Komm mal her, Junge. Du bist da, Junge. Ey, das war voll offen. Du kannst sehen, wo ich hinlaufe. Ich seh deinen Namen. Stimmt. Nee, aber wegen Boden. Aber ich seh auch deinen Namen. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Zack. Okay, Leute, wir haben ihn abgerippt. Let's go. Ey, der Modus mit 16 Leuten oder so. Digga, der Modus ist echt stark, Digga. Hallo. Stop. Polizei. Nein, 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 nein. Anzeige. Die Map ist echt gut gemacht, Digga. Hot Positives, Digga. Da merkt man, die Leute denken auch nach, dass es auch Sinn machen muss im Spiel. Äh, kipp me. Are you dumb? Wo musst du hin? Ah! Ah! Lass mich! Lass mich! Ich sehe deine Fußabdrücke, Bruder. Du kannst dich vertreten. Siehst du nicht. Siehst du nicht. Ich bin versteckt. Lass mich in Ruhe. Stopp! Hallo, hallo. Warte, schieß nicht. Schieß doch nicht, Digga. 31er, Alter. Ja. Okay, Leute. Wir haben 45 Punkte. Gib mir etwa 20 Punkte. Du kleiner 31er, Alter. Weiß ich seh nicht. Oh. Du weißt ich seh nicht. Ey, hallo. Hallo. Ey, Digga, dein Ernst, Digga. Hä, das ist echt schwer, Leute. Ohne Witz, das ist wirklich schwer. Guck mal, ey, jetzt. Digga, er läuft wie eine kleine Ratte, Alter. Nein. Komm her. Ey, du hast schon gewonnen. Du hast schon 60 Punkte. Du Spass, Digga. Dann hab ich gewonnen. Ja. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück im Hub. Und ich will mal sagen, wir sind wieder zurück im Hub. Drei Maps haben wir getestet. Und ich hab wirklich keinen Kopf mehr, noch irgendwelche Maps zu testen. Wir nehmen grad locker seit einer halben Stunde oder so auf, Leute. Oder wenn auch nicht mehr. Ich hab richtig keinen Bock mehr. Kipp, elf? Drückst du da noch ein paar Zahlen? Ja. Ja, super. Ich schub noch eine raus, ja? Ja, mach du mal weiter, genau. Äh, ich würde mal sagen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Like und einen Daumen hoch. Ich würde mal sagen, kommt in Twitch online. Ich bin jeden Tag, nee, jeden zweiten Tag. Jeden Tag war ein bisschen gelogen. Live auf Twitch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, checkt mein Instagram ab, Leute. Ich bin da immer aktiv, wenn ich laufe, meine Damen und Herren. Natürlich bin ich auch so immer aktiv. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Ihr habt wahrscheinlich eh schon alle abgeschaltet. Und die, die es noch nicht abgeschaltet haben, dann schreibt mal bitte in die Kommentare. Hashtag Donut mit Chicken Teriyaki Soße. Ciao. Ciao. Ciao.